Ja, auf die Entfernung. Schick. Den haben wir auch. Und jetzt gehen wir erstmal hoch, bevor dort die Muni verschwindet. Ähm, ja. Wieder einstecken. Huah, schnell weg. So. Dann wollen wir mal weiter. Zack. Machen wir mal ein bisschen Krieg hier. Her mit der Muni und wir verstecken uns erstmal. Den haben wir erwischt. Haha. Da noch einer und, ähm, da oben. Ach. Hallo. Und hier noch. Irgendwie hab ich's grad mit dem Zillen nicht so. Ich stell' mich grad auch ein bisschen blöd an. Ah, jetzt. Gut weiter erwischt. Haha. Hier vorne saß noch einer. Ich hab das gesehen. Hallo. Oh. Also, bitte. Nicht so stürmisch. Wer kommt schon alle noch dran? Oh. Da oben noch welche. So, das war's für die Penner. Das für den. Ach. Ja, jetzt war ich wahrscheinlich ein bisschen übermütig. Aber ist ja alles gut gegangen. Dann werden wir mal unseren Weg hierhin fortsetzen. Das war's für den. Ich wechsle mal wieder hierhin. So. Schön. Das Blöde ist mit der M4. Ach, sehr gut. Mit der M4 können wir nicht rennen. Deswegen muss ich ja immer mal hin und her wechseln. Wenn ich mal rennen will. Huch. Der hat mich fast vom Stuhl gefallen. Ja, den haben wir erwischt. Haha. Oh, Sekunde. So, weiter geht's. Da hatte ich doch tatsächlich noch einen Anruf reingekriegt. Damit hatte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Ich meine, es ist um drei in der Nacht bei mir gerade. Aber gut. Man weiß ja nie, wann die Leute so anrufen. Oh. Also bitte. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, in 30 Schuss und dann noch vier in Reserve. Ob das noch reicht. Oh, da steht einer. Das scheint ja schon, da oben scheint ja schon das Dach zu sein. Und das sieht ja... Ähm, ja, das sieht nach Eiscreme-Brüsten aus. So. Das war's du. Haben wir noch jemanden? Nein, sehr gut. Dann auf nach oben aufs Dach. Schnappt ihr die Ware und bringen sie zum Heliporter am Flug. Ach, da steht ja schon ein Helikopter rum. Das ist aber schön. So. Das war's für dich. Und jetzt ist unsere M4-Munition auch schon fast alle. Jawoll. Was ist das denn jetzt? Ich trau mich gar nicht hier lang. Ach, okay. Hahaha. Ach, das war's Päckchen. Dieser Frechdax. Was? Wunderbar. Den haben wir... Was? Wie viele von euch Päcker rennen denn noch hier rum? So, jetzt aber fix zum Helikopter. Meine Güte. Zum Beispiel. Du musst nicht in deinem Hero-Patriot. Das klappt doch ganz gut. Ja, Mission erfüllt. 16.000 Dollar. Mensch. Das ist doch mal ordentlich was. So. Und ich mach jetzt mal zum Mercedes-Benz Estate und sammle mal das Geld ein. Wird langsam mal Zeit, oder? So, das versteckte Päckchen hab ich übrigens gesehen, aber ich sammle die ja sowieso nicht, deswegen lass ich das einfach dort liegen. Ich hatte es, glaub ich, damals wirklich mal versucht und hatte es nicht geschafft, alle 100 zu finden, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaub, da hat man dann irgendwelche Belohnungen bekommen, so aller 10 Päckchen oder sowas. So, wir landen hier mal. Landen. Hier mal. Sehr gut. Wir haben schon wieder 100.000 Dollar. Mann, 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 Mann. Da können wir doch eigentlich ziemlich sicher schon wieder irgendwas kaufen, oder? Bei Malibu Club wird doch bestimmt nicht das günstigste gewesen sein. Ach so, halt. Bevor wir jetzt speichern werde ich jetzt erstmal... Äh, Quatsch. Wir wollten ja gar nicht speichern. Ich wollte ja das Geld einsammeln. Aber ich werde trotzdem auch mal speichern, aber erstmal werde ich mir hier unten... Ach, scheiß drauf. Werde ich mich hier unten ausstatten. Ja, schön. Das reicht. 70 Schuss mit der automatischen. Die sieht zumindest sehr automatisch aus. Ähm... Dass es besser ist, wenn ich mir jetzt diese blöde Schrotflinte da mit 50 Schuss nehme. So, speichern wir auch mal. Genau. Und dann werden wir mal... Gucken hier. 5.000 Dollar. Wunderbar. Die sacken wir natürlich gleich noch mit so im Vorbeigehen ein. Und... Ach so, wir haben noch... Ach, hier hätten wir eine Garage. Alles klar. Ja, da muss ich bei Gelegenheit mal dran denken. Da können wir mal so einen Kubaner parken oder sowas. Äh, halt, will ich jetzt zu Phil? Warte mal, wir haben genug Geld? Eigentlich können... Ach, kommt. Wir fahren mal zu den Filmstudios. Ich hab grad keinen Bock auf Phil irgendwie, auch wenn der eigentlich ganz cool ist. Aber ich würde sagen... Nein, wir fahren auch nicht zu den Filmstudios. Wir fliegen ganz gediegen. Und dazu müssen wir dann wieder hoch aufs Dach. Zack. Und dann fahren wir mal hier lang. Ich denk mal, das wird jetzt nicht klappen, oder? Ist grad unsere Garage aufgegangen. Los ums Eck mit dir. Jawoll. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wie? Ähm... Hey, hey. Es ist Mr. V. Mr. V. Also, ähm, die Brandflecken, das war nicht ich. Nein, das, äh, das, das war schon so. Das ist noch von dir aus. Das ist eindeutig Beschädigung vom Vorbesitzer dafür. Kann ich überhaupt nichts. Und das brennende Frack da, das hat auch gar nichts damit zu tun. Ach, kommt. Oh mein Gott, ich hüpfe. Ja. Und ich bin der langsamste Hüpfe. Und ich bin der langsamste Hüpfe. Und ich bin der langsamste Hüpfe. Oh, das war aber ein komischer Hüpfe. Ähm, ja, dann steigen wir mal hier ein. Ach, jetzt geht's wieder schnell auf einmal. Merke Zeitlupe hält nur, wenn wir nicht in Fahrzeugen sitzen. Und dann brausen wir mal hoch auf die andere Insel, Prawn Island hieße glaube ich. Die Strecke kennen wir ja. Ja, die sind wir damals mit Lance zusammengeflogen, dem blöden Pissgesicht. Mit dem wir jetzt hoffentlich so schnell nicht mehr zusammenarbeiten müssen. Denen habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und davon ist es auch schon. Ach, die sind aber schön, die Filmstudios, oder? Also, um reinzukommen, brauchen wir sie eigentlich nicht kaufen. Ich meine, das Tor ist zwar zu, aber wir können ja hier auch so landen. Aber da wir sowieso vorhaben, das Ganze zu kaufen. Komm, steig aus. Steig aus. Hallo? Warum gibt's hier eigentlich grünen Qualm, wenn wir hier... Egal. Kaufen wir das Ganze. 60.000 gekauft. Filmstudio gekauft. 60.000 Dollar ist bekannt. So, das sieht aus wie Missionen davon. Wunderbar. Wunderbar. Was haben wir denn da? Stage D. Ich will bloß mal kurz gucken, was wir hier so lustig ist. Ah, Filmsets. Ein halb angemaltes Holzboot. Ja. Tür. Tatsächlich. Eine Tür. Was haben wir da? The deeper the sea, the braver the man. Aha. Noch eine Tür. Ist sehr knuffig, dass die jetzt immer dranschreiben. So, hier drüben noch... Was ist das denn? Ach so, in die Richtung ist oben. Ja gut, ich dachte mir eigentlich, dass man das auch so mitgekriegt hat, aber... Wenn das... Drangeschrieben werden muss, dann sind das bestimmt ganz helle Experten, die hier am Bau beteiligt sind. So, was haben wir noch? Das sieht nach... Ach, cool. Eine Mondlandschaft. Ja, die... Amis, die waren natürlich nie auf dem Mond gewesen. Das war alles nur gespielt. Und wenn man genau guckt im Mondlandungsvideo, dann sieht man auch, dass da ein M4 im Hintergrund rumliegt. Was haben wir hier? Ach, unbe... Ach, schön. Hallo. Komm mit. Ein unbebautes... Fleckchen. Da kann man sich da eigentlich was einfallen lassen, noch irgendeine Stage hier reinbauen. So, und bevor wir da hinten gucken... Gucken wir mal hier an. Ach, hier ist jetzt auch offen. Was haben wir da? Interglobal Films. No Parking, Commercial Loading, 30 Minutes. Private Property. Private Property. Super, super. So, wir hier. Bolt Burgers. The Cow, oder so. Ich weiß gar nicht, was das heißt hier, das obere. Moo Cow vielleicht? Auf jeden Fall finde ich den Burger ziemlich cool. Novelties. Arnold Stallone. Sehr schön, sehr schön. Top Down City. Star Brush Coffee an was. Das wohl angelehnt sein könnte? Hm? Ich weiß es ja nicht so richtig. Chuck Schwartz ist eigentlich noch geiler als Arnold Stallone. Chuck Schwartz ist half cocked. Hat nur einen halben Schwanz, das ist aber ärgerlich. Und hier... Fanny. Nein, Fanny? Ach, Fanny heißt das. Soll wahrscheinlich sowas wie ein Kino sein. Ist von den Proportionen her aber auch ein bisschen merkwürdig, oder? Also die Türke, die geht dem guten Tommy so auf Augenhöhe. Aber wahrscheinlich sieht das dann in dem Film richtig aus. Hier nochmal Arnold Stallone. Komisches Gesicht hatte. Und der Chuck Schwartz. Nichts. Richtig. Superb. Na na. Haben wir genug gesehen? Ach, das ist ja alles nur Betrug. Dann wollen wir mal in die Stage D reingehen. Ähm. Ja, was gibt's denn da lustiges? Mal gucken, vielleicht sehen wir es im Video. So, alle meine Pferdchen. Das ist meine Art. Security! Look, du pampus asshole. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt alles. Wir werden das Ganze umgehen. Ich werde dich zu machen. Du bist... Du bist Tommy Vassetti, aber ich dachte, du... Das ist richtig. Wir werden hier machen, und werden wir reale Geld machen. Actually, hast du gedacht, um... Wir werden uns guter Brolls brauchen. Ja, die Mädchen sind gut, aber... Du... Wow! Was ist das, was ich denke, das ist? Eine freie Art-Krappe? Geez, wie jeder, der immer Filme über Fische guckt hat. Ich finde es einfach nur schön. So... Schau mal hier eigentlich. VCM. Da Nachrichten senden dann wahrscheinlich. Und wir müssten jetzt mal irgendwie hier durchkommen. Kommen wir hier? Kommen wir hier? Kommen wir hier? Das sieht irgendwie falsch aus. Ach, hier drüben. Okay. Dann machen wir hier hoch. Hüpf. Das ist alles so gewollt. Das muss so... Ach, ja. Da. Da.